Tobi fällt auf du stirbst. Ja, ich will noch meinen Bogen mitnehmen. Ja, wuff. Was heißt das? Das hab ich letztens schon gesagt. Tja. Ich bin lol, sagt ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars. Mit dabei sind der Stegi. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Und heute mal... Ja, unentscheidig. Hat der Typ richtig schlecht O-O-F hinten draufgeschrieben? Was steht da? Echt hat der O-F hinten drauf. Da steht O-U? O-L? O-U? Stegi Hex schreibt direkt an den Chat. Oh, das war knapp. Ähm... Hä, was hat denn... Wieder lol? Stegi, redest du erstmal rum, was da los ist. Ich frag mal, wie hieß der? Oneplay. Ey, das ist... Was? Das ist der Typ der vorhin bei deiner Runde auch dabei war und gelieft hat direkt am Anfang. Ja. Schwerz in der Mitte. Oh oh. Wo ist der Villager? Stegi Hex zu chatten, Mann. M oder W? Eheh... 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 那个 j-in Light Speed by Eheh... 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 Ehm... Eheh... Das ist dieses richtig schlechte ICQ Chat. Eheh... Eheh... Alter. WMG? Dann so ne Spieleinladung einfach. Ich hab's so gehasst, wenn irgendjemand mir so angeschrieben hat. Oder wenn du ihn verschreibst und du sowas zurückbekommst. Alter. Oh man, Alter. Habt ihr mal Habbo gespielt? Nee. Habbo Hotel? Kann ich euch nur empfehlen. Richtig. Uh, da kommen Gegner. Bin ich gelb? Nee, bin ich nicht. Bin ich gelb? Easy. Habbo war richtig lustig. Wir sollten mal Endergest kaufen, ne? Soll ich zwei kaufen? Ja, kostet aber so viel. Erzähl mal. Ich hab schon. Ich hab schon. Was soll ich erzählen? Erzähl mal, wie ist Habbo denn so? Erklär das mal für die Zuschauer. Das ist richtig... Nein, das kann ich nicht erklären. Wenn ich das jetzt erkläre, das ist jetzt richtig peinlich. Dann wissen Leute, was ich gespielt hab früher. Es ist echt nichts, worauf man stolz sein kann. Du hast auch mal bei wenig AG-Folge erzählt, welche Facebook-Seiten du geliked hast. Du hast ja tatsächlich nur vorgeworfen. Ich find das voll traurig. Leute, vergiss... Oh, ein Dings-Pinguin-Skin. Bis jetzt. Hab ich voll gezogen, Alter. Guck mal, da kommen welche von Gelb. Hast du den Bogen? Ja, ja. Du bist einfach über Toast. Du hast Verlack nur. Geh weg da, ich kann die nicht abschießen, Alter. Über Toast. Stegi, Alter. Gelb. Ich kann die... Alle werden einfach vernichtet von uns. Die konnten die nicht abschießen, Alter. Er hüpft da rum. Ich hätte das jetzt sagen müssen, Freunde. Hab ich doch. Mann, ey. Weil du kannst es nicht so gut. Nein, das ist noch ein Golf. Ich hol dir auch noch einen Bogen. Guck wie der sneakt und behindert ist. Es geht. Wer kommt? So. Grün. Hol ich meinen Hanisch. Nächste Mal bitte ein bisschen mehr aim, okay? Ach, das ist ja gar nicht Stegi. Das ist ja dieser Typ mit dem Stegi-Skin. Nein. Was steht da jetzt wirklich hinten drauf? Hast du das gelesen jetzt? Ich hab ihn gefragt. Der hat mir nicht geantwortet, glaub ich. Das ist eh nur X-Mix. Ich geh da einfach. Der hat geschrieben Talakno, okay, weg. Das sind 3 Gold in der Enderkiste, ne? Talakno. Er hat meinen Skin geklaut. Check ich jetzt. Talakno. Die haben einen Bogen, Alter. Ach stimmt, das bauen die auch Normalgold, ne? Ja. Voll vergessen. So. Wie schreibt man eigentlich... Alter. Guck mal, wen die eine Typ wascht. Einfach alleine. Wie schreibt man bei... Also so at all. Wisst ihr das? Ja, at all. Okay. Stegi sind 5 Gold in der Enderkiste. Nimm die auch raus. Mach dir mal einen Bogen oder... Spar auf eine Ender-Perle. Wir brauchen deine Special-Tactics. Spar auf eine Ender-Perle. Er hat einen Bogen schon. Stegi-Tactics. Zack, zack, zack. Mach mir auch einen Bogen. Nö, einen Haufen Scheiß. Wenig braucht einen. Ich hab einer das bald kaputt machen geklaut. Stegi hat einen Penguin-Skin. Ich bin stolz drauf. Einer hat sich fiss dich noch an. Alter. Oh, da ist ein Pinguin. Er hat ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Kann ich was in die Ender-Jazz legen? Die fokussen voll. Die fokussen halt Targeter. Gib mir mal den Bogen, Stegi. Oder verteidige mal. Die kommen jetzt, glaube ich. Ender-Jazz. Wo ist der Leck bei mir voll? Ich weiß warum, weil ich renne aber schnell. Oh, den treffe ich. Achtung. Distance Shot und den auch. Oh, Leck. Bam. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. So, ich kaufe mir erstmal ein bisschen Stuff wieder. Eins, zwei, drei und blöcke. Okay. Bin voll dabei. Der will gar nicht gegen mich kämpfen. Wer? Der Pinguin? Ne, der hier. Mann, das ruckelt bei mir voll. Ich hab drei FPS oder so. Einen. Ja, läuft bei dir. Du brauchst eh mehr. Du brauchst eh mehr. Ich hab so richtig Kaki FPS. Kaki FPS. Na, da kommen Gegner. Oh, der Eisenschwert. Der Pinguin skimt mit dem Eisenschwert. Der Pinguin skimt mit dem Eisenschwert. Den 3v1 wir einfach. Und dann easy oder was? Ja, genau. Dann easy. Pinguin kommt mit gar nichts. Der kriegt jetzt einfach den Knüppel. Hast du ihn runtergeknüppelt? Nein, haben wir nicht geschafft. Oh. Jo. Get down. Ist unser Beta... Okay, das war ein Fail. Get down. Ich hab gar nicht ganz viele Hanische gekauft. Wie kommst du auf die Idee? Ist der Pinguin echt tot? Ja, klar. Habt ihr schon... Was wollte ich sagen? Habt ihr schon das Bett zugebaut, irgendwer? Ne, ne? Das brauchen wir nie irgendwie, ne? Das machen wir nie. Das macht immer nur du. Ja, wenn ich die Master Defense bin. Aber demnach ist es mir heute nicht. Das will ich hier nicht. Bevor wir das Bett zu bauen, bauen wir lieber einen Tower. Mach dein MLG. Was ist denn mit diesem Typen? Wenn der getroffen wird, springt er so rum und sneaked die ganze Zeit. Ja, der weiß ja, dass ich bin. Aufnehmen wahrscheinlich. Nimm mich da aber nicht auf. Nimm auf. Hihi. Pinguin. Hup. Hup. Das darf Feni nicht wissen. Psch. Weil da eigentlich ein Fruin kommt. Pinguin kommt. Kommt da keine Klicks. Pinguin kommt. Oder? Ne, ist kein Fruin. Ne, aber der hat einen Eisenschwert und das ist hässlich. Oh, ich hab kein Essen. Alle Menschen sind potenzielle Pinguine. Wieso spielt der denn nicht vernünftig, Alter? Solche Leute sind schlimm. Der wäre halt ein bisschen troll. Komme Mode. Tralalalal. Der andere jetzt auch. Da ist der Pinguin wie er mit einem Eisenschwert. Echt? Ja, der steht da vorne. Ich schieße die ganze Zeit auf. Wir haben so viel Gold schon. Hätte er gerade Damage bekommen. Der Typ schon wieder. Lass mal ein Gelb ausschalten, mir geht der Typ auf die Nerven. Okay. Okay. Snipe dir mal wer. Hab ihn. Ich hab den schon zweimal. Den der da hinten drin steht. Der ist ja nämlich gerade wie. Also wenn wir T spielen und die Runde geht so los. Alles steht nach der ABT. Den kriegst du Tobi. Oh. Ja, der hat den Weg hier zugebracht. Ich hab kein Essen mehr. Oh ne. Ich geh mir mal eben Essen holen, glaube ich. Und ne Enderperle, wenn wir viel Gold haben. Jo. Zwei haben jetzt hier ne Truhe. Ich denk mal wir haben schon einiges an. Nein, ich bin runter geschossen worden. Alter, ernsthaft. Oh ne. Kann ich mir aber gleich neue Sachen kommen? Der Typ hat aber alles rausgenommen, dieser Onplay. Oh, er hat mir neue Stuff gegeben. Krass. Ja, der spielt gut. Cool. Er hat einen Stegi-Skin. Muss ja gut spielen. Ja, natürlich. Hallo. Der reprezentiert mich. Tobi fällt auf, du stirbst. Ja, ich will dir noch meinen Bogen mitnehmen. Ja. Werf. Was heißt das? Das hab ich letzten Schluss. Tja. Hey lol such die. Hey, haben die die Mitte jetzt? Ne, ne. Ich glaub nicht. Doch, doch. Haben die. Ich bin hier bei Gelb. Ich sag, die haben die Mitte. Ja, haben sie ja echt. Ich bin bei Gelb. Chill hier. Was machst du bei Gelb? Oh, ich bin hier runtergeschlagen worden. Was machst du denn bei Gelb? Hier angegriffen? Der Pinguin hat die Mitte. Tobi. Der Pinguin. Wir müssen den Pinguin ausschalten. Jeder, aber warum der Pinguin, hm? Wo bist du? Du bist bei Gelb, hast du gesagt. Kriegst du die? Ich bin jetzt runtergefangen, äh, runtergefangen schon längst. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab ganz viel Eisen genommen. Ich hab jetzt ein Schwert. Ich geh jetzt erstmal davon shoppen. Ich geh nur neun Schwert einfach. Neun Schwert hat immer das Beste. Ich hab ganz viele Pickaxes. Tue ich jetzt alle hier in die Kiste. Hat einer noch ein Gold? Ähm, nee. Aber gleich kommt, glaub ich, ein Krieg, ne? Mutschus Pickaxe. Wollen wir in die Mitte versuchen? Ich glaub, da ist grad keiner. Dann würd ich aber die Rüstung vielleicht sogar wieder ausziehen. Da ist der Pinguin. Da ist der Pinguin. Dann schießt jemand auf mich. Oh, nee. Ja, also wir laufen in die Mitte. Oh, Gott. Okay, ich lauf wieder zurück. Nein. Ich auch. Ich lauf in die Mitte. Okay, ich auch. Leeroy. Oh, wer ist da runtergefallen? Geh doch weg, Sti. Ne, ne. Was dann von euch da runtergefallen ist? Nein. Ich will nicht sterben. Nein. Der Pinguin, er snipet euch einfach. Ich safe meine Waffen. Ja, ich safe die auch. Ja. Dann lieber nächste Runde noch vorabagieren. Die sind grad auf Gelb fokussiert. Ich lauf jetzt hinter dem Onplay direkt her. Vielleicht komm ich dann rüber. Das wär krass. Wir haben hier viel Spaß. Ja, ich auch. Ich spring jetzt in den Tod. Ich auch. Dann hol ich mir nämlich den Bogen. Ja. Was, wie trifft der mich denn hier? Am Arsch. Nein! Oh mein Gott. So, zack, zack. Zack. All diese Pinguine nerven mich langsam, ne? Du bist ja. Ich hab deine Sachen zum Teil eingesammelt. Ja, ich hab genug Zeugs. Okay. Ähm, was wollte ich noch holen? Ich kaufe jetzt den Bogen dann. Äh, wir haben voll kein Gold mehr, ne? M5 hatten wir. Ich hab jetzt den Bogen halt gekauft. Ein Gold haben wir jetzt übrig. Müssen wir erstmal die Rüstung kaufen. Nein! Hier. Unser Stegi. Ähm, macht das schnell. Das Bett zu bauen. Unser Stegi. Der gehört jetzt uns. Jeder braucht ein Stegi. Ein Stegi für jeden Haushalt. So. Kompetenz in Person. Nein, das sind keine GHGs. Ja, eben. Das sind wieder keine GHGs. G, H, G, G, H, G. Ich schieße jetzt wieder drüben runter einfach. Pam. Bisschen, zack. Ey, lass mal echt irgendwie die Pinguine jetzt ausschalten. Die nerven so ein bisschen. Oh, wenn's nicht so langen würde. Sind das mehr Pinguine als einer oder was? Jaja, das sind glaub ich zwei. Oh nein, richtiges. Die vermehren sich echt schnell. Das ist... Pinguinierus einfach. Okay. Wir sollten nicht mal sicher bauen. Pinguiner. Ich find's voll lustig. Immer wenn ich was gegen die Pinguine sag. Also in den Kommentaren. Ey, endlich mal jemand, der was gegen die Pinguine hat. Was? Gibt doch genug, Leute. So schlimm fänd ich Pinguiner gar nicht. Nur die Screens, ne? Ja, ich muss das selbst grad dachten. Kennst du diese GIFs, wo die Pinguine beim Laufen so hinfallen oder sowas? Ja. Die wurden früher immer oft verschickt und alles. Da find ich richtig süß. Ich find's richtig süß. Pinguine sind natürlich echt süß. Genauso wie Faultiere und so. Wobei Pinguine... Von wem hast das denn, oder? Dass Faultiere süß sind. Von Program. Naja. Genauso wie... Genauso wie... Süßvieh. Du musst das Wort jetzt echt eigentlich raus. Wieso liefen die Leute von Yellow eigentlich die ganze Zeit? Ja, das ist wirklich. Ich glaub, die hatten keinen Bock mehr, dass du da alles weggegangen bist, Stegi. Die wollten, dass du bei denen bleibst. Wollen wir vielleicht drüber laufen jetzt? Guck mal. Ich lauf jetzt eh in die Mitte. Ja, alles klar. Geben wir den an. Boah, der hat mich fast noch gekriegt. Da kommt der Pinguin. Wo? Da. Ich bin fast tot. Leute, wie hat der mich denn? Alter, im Arsch hat der mich. Ich stand hinter dir. Ich hab besseres Pinguin-Aim. Ne, er hat Pinguin-Aim. Ich hab Stegi-Aim. Und wenn jeder weiß, dass Stegi-Aim besser ist als Pinguin-Aim. Oh. 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 Was ist jetzt? Easy. Das ist aber sehr knapp, ey. Bei mir leckt halt das Todes, ey. So, ich brauche mir nochmal eine Rüstung, dann komme ich auch nochmal wieder in die Mitte. Alles klar bei dir, Stegi? In der Mitte? Ähm. Ja. Ich komme jetzt mal wieder vorbei. Alles klar. Ich leck das bei euch auch gerade. Wenn ihr eine Pickaxe mitbringt, dann könnt ihr mir Blau waschen. Ich habe eine. Ich habe eine. Also Pinguine töten, ne? Das ist der Plan. Guck mal, ihr wischt Bescheid. Lass mal oben rumgehen nochmal, Tobi. Mhm. Dann wieder Banger machen. Banger. So, jetzt habt ihr aufs Dach schnell. Pam. Ich habe halt einfach keine Blöcke. Oh, da schießt einer von denen auf mich. Äh, macht nichts. Wir sind hier drinnen. Banger. Ja, mach das. Komm ich hier irgendwie rein? Glaube nicht. Ne, glaube ich auch. Du hast einen Pickaxe wegen dir, ne? Ja, aber ich kann nichts machen, weil der Typ hier draußen die ganze Zeit auf mich schießt. Ja, ich bin tot. Da ist ein Grüner bei uns. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Komm, Stegi, mach das. Stegi, töte ihn. Stegi, wollen wir runtergehen? Oh ja. Ich bin aus dem runter. Ja, gehen wir. Banger. Pinguine, banger. Ja, ich habe ihn. Nice one, Stegi. Er ist lang. Dem Interessant habe ich. Ich habe auch zwei, glaube ich, aber ich war tot. Banger. Habt ihr einen? Also habt ihr ein Bett? Ne, dann wollten wir nicht. Okay. Wir haben zehn Gold. Die schreiben easy the fuck jetzt. Alter. Was für ein Pinguin, ey. Guck mal, der Baudes hier jetzt richtig professionell zubaute, das hier der Stegi. Das ist aber hier Premium. Der Name ist Programm bei ihm. Den habe ich geschummelt. Alter. Selbstverliebt. Ich habe die ganze Zeit voll keinen Bogen, ne? Das ist das Problem. Wir haben zehn Gold oder so. Echt? Ja, klar. Ich kaufe mir keinen Bogen. Ist zu easy. Nicht gelegt. Bogen kaufe ich mir nicht. Guck mal hin, weil sonst. Dann mache ich einfach Huber. Kannst du nix, ne? Du brauchst keine Rüstung, aber einen Bogen, ne, Tobi? Oh, ja. Easy. Rüstung ist eh für Bobs. Oh, die kommen wieder in die Mitte. Pinguin ist in der Mitte. Aber den lege ich. Nein, den lege ich. Nein, den lege ich. Das war gar kein Pinguin. Das war gar kein Pinguin. Das war einer, glaube ich. Ne, ne. Das ist so ein anderes King gewesen. Auch von irgendeinem Typen, der viel mit Fabo spielt oder sowas. Ja, das ist bestimmt so Fabo 200 als Pinguin 200. Ey, das ist ein Ungeheuer. Kriegen wir den auch noch? Kriegen wir das Ungeheuer? Ist das ja echte. Eine Million. Lass uns nur noch so rumspringen. Yeah. Hier. Wir sehen sein Video. Was? Mann. Ah, Knochen. Keine Sorge. Ich bin richtig schlecht die Runde irgendwie. Ey, sieben Gold in unserer Ender Chess. Nicht vergessen. Sieben? Sieben. Das musst du immer so drin, oder? Alter, wir haben richtig viel Gold. Kauf mir jetzt mal ernst davon, was vernünftig ist, glaube ich. Das kann ja so nicht weitergehen hier. Ich sammle hier die ganze Zeit Gold einfach nur in der Mitte. So. Fuck no. Ah, Aua. Okay, gönne ich mir. Ja, Aua. Schee, geht er weg. Oh, hinter uns. Nein, tot. Oh, ne. Hab ihn. Nicht. Das ist hundertprozentig ein Pinguin-Skill mit 3D-Brille. Mit 3D-Brille? 3D-Brille. Aber warum tragen Pinguine 3D-Brille? Weil. So, Leute. Das war der erste Teil der heutigen Bad Wars-Runde. Ich habe ihn in zwei Teile geteilt. Das Ganze, weil es mir zu lang wurde. Und euch wahrscheinlich auch. Deswegen kommt der zweite Teil dann um 17 Uhr. Also, wenn ihr erfahren wollt, warum Pinguine 3D-Brille tragen, dann würde ich euch raten, ihr schaltet um 17 Uhr wieder ein, wenn der zweite Teil online geht. Ansonsten könnt ihr hier schon mal eine Bewertung da lassen, wenn euch das gefallen hat bisher, oder einen Kommentar schreiben. Alles weitere seht ihr dann um 17 Uhr. Das Video wird dann auch hier verlinkt sein. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.